Bababam 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 Jetzt geht's ab Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARG Ich war gerade mit der Anke auf dem Weg nach Hause und uns ist ein Level 4 T-Rex über dem Weg gelaufen Alter Schwede Die Anke hat gekämpft was gegangen ist Und das geilste ist Es hat ein Baby dabei gehabt Ich habe einen T-Rex Ich hätte ihn gern füttern Hier frisst du bisschen was von deiner Mama Ich habe einen T-Rex Anke du bist die Beste Du bist die Beste Anke Ich habe ihn schon gesehen wenn wir dort um einander liegen Jetzt habe ich noch mal raus müssen weil ich habe natürlich OBS zu gehabt Sonst hätte ich gleich dabei sein lassen Aber wir haben eine Baby T-Rex 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 Die Anke ist einfach die Beste T-Rex 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 Du bist mein Lebensretter Ja du bist die Beste Anke Beste Anke ever Da ist was Ja so was du es machst Da bist du riesig Jetzt komm was aus Ich möchte mit Material zu pumpen Schauen was du kannst Ja ja Isna Isna Dass du groß und stark bist Ja Die Anke wird jetzt mittlerweile auch schon Level 59 Ui Level 4 T-Rex Kein Problem für die Anke Die Anke macht das Aber die zwei Dillos sind drauf gegangen Die haben es nicht geschafft Aber die haben es abgelenkt Da haben wir die Anke dann sauer drauf rumgerückelt Die Scheiße bin da Wir sind ja noch nicht weiter Ich bin ja gerade aus der Höhle raus Und da haben sie auf einmal Sehe ich den T-Rex Demo Flüchtest aufs Meer Aber da hat uns dann ein Manta angegriffen Weil noch mal nur einen Text vor ihm gelesen Hat uns da gleich so ein Manta angegriffen Na 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 ein T-Rex Da bleib erinnert Da hat kein Maße Ja braver Alter ist der riesig Hoffentlich frisst er meine kleinen Minus nicht daheim dann Heranwachsend Jetzt ist er fertig Alter Bist du ein Viech Oh na ja Bei einem Börner bist du noch nicht Ich hoffe dass ich die überhaupt heil heim bringe Dass du zu Recht ein Jäger bist Ich bin auch noch sauer so arm So dann lass mir du bitte noch Und bitte stirb nicht Ich möchte mich bis heim kriegen Danke Weiter gehts Na jetzt haben wir überladen gell Weil ich das ganze Zeit da dabei habe Ich möchte aber das können wir wegschmeißen Das Leder gehen wir wegschmeißen vom T-Rex Das ist ein besonderes So Gehen wir uns wieder bewegen anke Na was hast du noch dabei onke Jetzt glaube ich es auch kommt Ich hätte jetzt kein Obsidian wegschmeißen Ich glaube bisschen was gehen wir hier ein T-Rex lagern T-Rex lagern T-Rex lagern Was steigert man bei so einem T-Rex Wahrscheinlich Angriff oder? Und Gesundheit Gehen wir euch schon mal ein bisschen Gesundheit Jetzt nimmst du mal die Bude ist da Danke da gibst du mir auch noch bisschen was ab von deinem Zeug Nein, jetzt war zu viel Kann man nicht bewegen können Nein, danke Ich nehme mich da nicht mehr weg, oder? Jetzt zurück So So Nein, ich kann nicht rupfen Wegsch, ich geh da ein bisschen näher her da Und zieht nichts Hallo So So anke Jetzt weiter gehts Brexi du folgst Du bist da eingestellt Ich habe aggressiv eingestellt Verhalten Ich muss unbedingt das lernen Da habt ihr absolut recht Ich muss das Ziel angreifen Ich muss das Ziel angreifen Okay Passt Nicht, dass der da jetzt rumlauft und alles getötet Was rumsteht In der Höhle habe ich noch einen Bogen gefunden Mit ein paar Pfeilen Das ist momentan unsere Waffnung Ja, ja, ja Schubst mich nicht Die Anke ist nicht schneller Gut Also ich werde mich jetzt mit den Höhlen quälen Wenn etwas passieren sollte Hol ich euch dazu Also Servus Ich habe einen T-Rex So Wir sind jetzt zu Hause Dann haben wir leichte Verkehrsprobleme da mit dem Großen da Der mich da einfach rumschubst Und einen T-Rex auch Wenn er mich lange nervt Lege ihn um T-Rex kommt Weck sie Hin So ein Spudel auch So ein Verkehrsraudel Raptor und die Anke Wir haben einen T-Rex-Unglick Endlich der Warne Das hat sich jetzt ganz schön zungen Die Anke einfach mit den kurzen Haxen Das dauert einfach Aber es muss Und immer vorwärts Immer vorwärts Jetzt bist du da Na ja Ist auch kein Problem Die Rex sieht aus was zum Essen gell Ja Super ist auch So So Endlich daheim Also die Höhle Die wird mir bald einen Rest geben Scheiße dass das Artefakt hat Dispawned ist Warum auch immer So So Ähm Du wachst jetzt einmal durch Halt Hallo Danke Danke Über schön Müsst es unbedingt gerne Ich weiß Nicht wandern Verhalten Wandern Deaktivieren Bleib einfach mal Bleib einfach mal da steh Danke Danke Du sollst da bleiben Du sollst da bleiben Nein Danke Ja du darfst dann da schon ein Aber ich muss ja nicht die anderen fressen Danke Danke Du auch bitte nicht mehr folgen Aber auch nicht wandern Warum wandern denn wie immer Nein Du sollst einfach da stehen bleiben Ich brauch die Hä R-Boxy wo laufst du hier че R-Boxy Dy macht mich fertig DeRex Danke Ehh Moles fertig Ö ö ö ö ö ö ö ö öPersidien ich habe ganz dabei doch schon ist dabei ist einer danke das ist doch viele einst du bitte stehbleiben danke die freizei so wenn wir da oben sind so schaut es aus so das ist auch so bitte das, das, das das damit mir ist doch einer so was ist doch nur das kommt doch bitte mir ist mir so, Sparmerl das ist was für ein T-Rex, dass der was zum essen hat was hat sie mir alle so umtriebig nein nein ich finde wir machen mich fertig Rex wegsi gehst du hier sag einmal nicht ob das sind große bei du Elf mal Rex, elf mal! Das ist ein shit assist auf Teamwork und so, super. Ich füge sie jetzt da. Jetzt sollte ich nur zum Essen, jetzt brauche ich ja nichts mehr geben. Also nach der Folge schreibe ich mir die ganzen Befehle raus. Jetzt noch der Trike ist auch gut, weil der Teufel, wo das ist, musst du zu machen, als hattest du mir alle ab. Das ist ja furchtbar mit euch. Und ich danke schon wieder. Da unten läuft sie mal an und freut sich ihres Lebens. Wenigstens so einer. Oh, ist das anstrengend, hä? So, jetzt sind wir rüber da. Oh, eine 120er Armbrust. Nicht schlecht. Das ist ja mal da, das können wir reparieren. Warum kann ich die nicht reparieren? Was brauchst du? Wahrscheinlich Metall aus dann, oder? Kann man nicht reparieren. Kann reparieren. Im Bergbau. Metallbau braucht man. Das lässt sich wieder nicht raus. Muss man Eisenformen? Sind wir reisen mehr? Nö. Kein Eisenmeer. Die ist gespielt, das ist der außer Klima. Ist schon mal gut. Plexi, du machst mir fertig. Dann bin ich dran los. Bleib nicht des Autos, da ist einer. haben wir zufällig ein rexettel sattel da natürlich nicht dann schauen wir mal wo wir den baum können also mein pluspanzer sollte ich auch noch richten da schaut auch aus dem taler sau ich kann immer richten die graue schon richten die habe ich nicht genug metall war ein 59 wenn wir damit angenommen metall formen und sind wir dabei die sie leichter Ich muss da mal was abhaben, damit wir nicht nur gut durch die Gegend laufen. So, dann machen wir das Fleisch noch einmal, so kurz. Dann haben wir jetzt da mal die Bären rein, oder weh? Das kommt wieder raus, das kommt raus und das kommt raus. Gut. So, dann haben wir... Dann gehst du da einer durch, dann gehst du da einer durch. Gut, da ist einer. Schau mal, nochmal durch den. Ja genau, gleich den wichtigen Schrank erwischt. Wo wir den T-Rex haben? Ja, der an dem T-Rex drin, oder? Oder an dem in der Anke. Anke! Ich glaube, dass man so oben wäre. Bleib stehen jetzt. Nein. Da sind sie auch nicht drin. Deine auch genossen haben wir das Leben nicht in der Öle. Das ist so gut. Rexy! Was ist denn der? Rex! Hä? Der Rexi, der macht mich. Alter! Recking! Okay, ein kleiner Zufall. Triton! Ego! Exi! Abolid! Position! Was ist denn der Rex? Im Alex! Unge Extra! Où? . Es ist 130 Meter weg von mir und da ist es 160 Meter weg von mir. Das ist meine rechts weg, da vorn lauft er. Was tust du da vorn? Schauen wir die In-Slogan, dass wir nicht weiter vorlaufen. Nein. Okay. 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 Weck sie, Kim. Ja, 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 ja. Wir müssen größer die Kinder und größer die Sorgen. Danke. Schauen wir mal, ob du durch das Tor passt. Oh, normal, schau. Ja. Das hat schon gehn. Jetzt geh. Ah, braver ist er. Da geh meiner. Das schaffst du. Das schaffst du. Nein, das schaffst du nicht. Ich brauche ein größeres Tor. So, wenn man halt ist, dass du jetzt da bleibst. Wanderung deaktivieren. Warum aktivieren? Nein. Vor dem Gefehl deaktivieren. Nein. Darfst du jetzt durchstehen. Das war toll. Bitte. Na, schau gut aus. Puh. Na, schau gut aus. Na, schau gut aus. Puh. Na, schau gut aus. Äh. Was möchte ich denn jetzt? Ich bin schon total. Warum ist der eigentlich so überladen? Was hat denn der alles drin? Der hat auch noch Obsidian drin. Was macht noch raus da? Ist der auch noch Obsidian? Wow. Wow. Auf jeden Fall hast du was zum Essen, würde ich mal sagen. 30 Punkte. Mit 10.000 Leben. Ups. Angriff. Ein bisschen Gewicht. Darum musst du mich auch drungen. Aus der... So. Direkt ist Level 44. Was hat der alles gefressen, da weil er da unterwegs war? Halt der Schwede. So. Eisen müssen wir jetzt dann farmen. Eisen, Eisen, Eisen braucht man. Auf jeden Fall. Um alles zu. Gärzen richten. Ich habe gar nichts mehr. Du bist die geilste Anke. Anke. Die ist Vogelwuhld. Gut. Nach Hosebären müssen wir da nicht rein tun. Unbedingt. Nach Hosebären brauchen wir da drinnen nicht. So. Das ist da noch einer. Ist das auch verräumt? Gut. Jetzt sind wir flott unterwegs. Nicht so geil, dass wir jetzt den T-Rex gekriegt haben von lauter Blätten. Ohne dass ich großartig was tun müssen habe dafür. Die Anke hat die Mama plattgemacht und wir haben den kleiner gefangen. Schöne. Entschuldigung. 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 Gut. Schauen wir was wir aus dem Obsidian alles machen können. Ich weiß es nicht mehr. Nein. Schaut aus. Ich muss erst schauen was da geht. So. Mehr braucht man. Mehr wippen. Mehr wippen. Was wippen wir denn eigentlich? Was? Wir brauchen jetzt meinen T-Rex-Sattel. Diese sind wir ganz wichtig. irgen wir in den T- i-Z. die affirse sattel die verrukt Presse die mom die wir bre57 dann brauchen wir vielleicht einmal na wo ist er rex sattel hergestellte werkpunkt wieder vor sein mit halb 50 metallbahn da geht es ja schon wieder haben wir keine metallbahn mehr oder 20 das ist ja was schon repariert ist da mal eine munition wir haben keine tollen ich hab kein eisen mehr das sind wir da das gelünse das sind wir von der betonworte nein ich hab keine eisenbahn mehr nö da war nicht oder nö haben wir da noch eisenbahn nein, das schreibt mir da weiter das ist ja was lästiges na du mag keine eisenbahn mehr ok, also eisen, wir brauchen auf jeden Fall eisen eisen, eisen aber was will man mir herstellen, ich weiß nicht wir brauchen auf jeden Fall Waffen für ein Gewehr, das möchte ich haben und hier haben wir einen Fabrikator haben wir auch wir brauchen ein Polymer genau, Polymer, aber für das brauchen wir Öl oder? Poly Poly no, na auch Ou, zement ah, sehr gut maschine nicht läuft jetzt lasst du da nicht raus Poly hey wahrscheinlich am zement oder zement los T-Rex und die drei kleine kleine 1, 2, 3 dabei. Vielleicht taucht das was? Nein, ich glaube nicht. Das ist eigentlich der T-Rex da draußen in der Futterreichweite. Ich meine, der hat jetzt genug in seinem Inventar, aber... Nein, gerade so nicht. Aber eh seid ihr alle grün, oder? Jetzt verhungert ihr mich nicht. Nein, seid ihr alle grün. Wer nicht drin ist, ist es selber schuld. Jetzt braucht ihr nicht immer bloß umeinanderlaufen. Oh, die Anke, die das Vogelwollt. Freut sich so, wenn wir da daheim sind, ist der Hammer. Dann brauchen wir auch eine Metallbahn. Dann schalten wir mal aus, damit wir nicht alles durchproduzieren, weil ich nicht weiß, ob wir was anderes brauchen. Ah, das kann man nicht abbrechen. Das ist ja bescheiden. Ich kann die Maschine ausschalten. Gut. Wenn es jetzt einschalt, produziert wir dann weiter. Nein. Gut. So, Polymer haben wir genug für den Sturmgewehr, aber wir brauchen unbedingt Eisen. Das müssen wir jetzt dann formen. Wir werden wir mal ein bisschen umschauen, wo Eisen ist, und dann mit der Anke hinfetzen und das zerledern. Okay. Sag dabei einmal Danke wieder fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. T-Rex und ich waren sehr glücklich, dass wir daheim sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Servus. Tschüss.